Herzlich willkommen hier zu neuen WS News, wir haben den Och Hörtnicht, keine Ahnung wie es richtig ausgesprochen wird, ey, die Namen werden immer bescheidener, die Och Hörtnicht, ich habe den Text mal hier doch mal grob mal übersetzen lassen, es ist ein Kreuzer zu unterstützen, das heißt Überlebensfähigkeit ist fast gleich null und ja und Schadenprobleme in der Minute ist auch ziemlich sehr gering sein, ist ein Kreuzer kann man sagen aus zweiter Reihe, das heißt immer vorsichtig sein, wenn ihr am Ballern seid, so das Ding besitzt 30.200 HP Pool, Passuswert von 16, 4 x 252, Träger 200, lass grüßen, sonst kann man die anderen Passusplatten nicht durchschlagen, 15,2 ist doch schon ein bisschen etwas gering, das ist schon, ja, schon, doch schon, der, der Yugumo schon ein bisschen eingeraucht, Irgendwie vergleiche ich die viele, die kurze Reichweite mit Japaner einfach, ich weiß es nicht, die selbst die Amis am Teister tucken mehr, also es ist auch noch nur ein paar Meter nur, aber auf Stufe 8, ist so eine Sache. So, maximal, die Räumung sind bei 138 Meter, siebenmal Wert von 2, maximal HE dämmigt sind wir bei 2200, eine Abfallchance bei 20%, hier sieht man 950 Meter, die Kugeln sind jetzt schneller unterwegs, sonst waren die anderen Kugeln ein bisschen langsam unterwegs, maximal HE dämmigt sind wir bei 3300 und Kugeln sind genauso schnell, wie gesagt, 6,5 Nachlagerzeit und 180 Grad Drehung sind wir bei 13,8. Wie gesagt, der Text sagt, es ist ein Unterstützerkreuze, das heißt, ihr müsst mit eurem Schiff nur, ähm, unterstützt nur, wie ihr seht, das Ding hat wirklich nur Zwillingsgeschützen, Sieht aber richtig fit aus mit dem Flakware, wie gesagt, das ist nur eine reine Unterstützerkreuze. Torpedos, wie gesagt, sauer gute Werte, 10 Kilometer hat das Ding jetzt, aber 2,5, der Damage ist bis zu erhöht von 15100, eine Speed von 56 nur, Reload, 131 Sekunden, Torpedos, Spotting bei 1,1 Kilometer, Fluggewehr, gehe ich nicht drauf weiter ein, und das Ding hat sehr viele Verbrauchsgüter, hat mir, hat das Text mir auch rausgesagt, auch, so, Speed sind wir bei 35, Kugeln, auch, ein Ruderstück, Plätze Schüssel, 3,750, das ist super, Ruderstätsel von 8,2, das ist natürlich gar nicht schlecht, Tarnwind von 11,5, Teilungsmeister und Teilungsgutel runterdrückt, Komma-Wert fasst auf, Klapp 10, 9, super Tarnwert, Spotting bei 7,2 und wenn wir Nebel stehen, 5,4, alter, 4, 5,4, das ist super Tarnwert für Nebel, die Zerstörer haben, bis etwas geringer, Aufmerksamkeit heute, aber als Kreuzer ist das, das ist echt geil, Teilungsgutel, alle Kreuzer, Tarnwertklapp bei zwischen 8, 9, oder noch, noch mehr, aber als 8er Kreuzer ist das echt nicht schlecht, kann man sich in Nebel sitzen, und wenn uns die Zerstörer auch kurz mal gut Dach wünschen, gib ihm, so, das Ding besitzt, äh, Devil's Full Party, DEFA hat gleich dabei, Hydro, ja nicht Hydro, Radar ist das Ding dabei, ähm, hier steht es auch, die Sekunden, 20 Sekunden, da auf, dafür, hier steht auch 12 Kilometer Radarreichweite, bei den anderen Kreuzer steht es leider nicht dabei, das ist komisch, und, ähm, hier steht auch, für die Premium-Verbrauchsmaterial, 180 Sekunden, mit Premium-Material 120, äh, ohne nur 2, wenn man Premium hat, 3, und Hydro ist das Ding dabei, alter, das Ding hätte alles dabei, als Kreuze, wie gesagt, das ist ein Unterstützer-Kreuzer, dürfen wir nicht vergessen, Unterstützer, das Ding hat hier alles dabei, dazu mit hammergeil Tarnwert noch, Geschütze nach der Zeit ist doch schon ein bisschen hoch, wenn ich so, wie die sagen, ähm, auf Stufe, wenn es deswegen auf Stufe 9 wäre, wenn es doch ein bisschen krass ist, kann man die Nachleihzeit ein bisschen reduzieren, aber ich denke mal, mit Trägerzünder, nicht vergessen, 142 Millimeter, kann man nur bestimmte Schussplatten durch, äh, durchschlagen, aber ich denke mal, für ein Kreuz 152, würde es auch schon locker reichen, nur auch, es steht auch dabei, bei den Durchschnittskraft, wie viele Verbrauchungsplatten du schlagen kannst, aber für, für den Achter ist es verdammt, viele Verbrauchsmaterial, muss ich nur sagen, super, ich denke mal, das wird hammergeiler Kreuzer, dazu noch, mit den geilen Tarnwerten, das Ding hat dann, fast zu wenig, fast zu viel Tarnwerten, wie der Achter von den normalen Kreuz, von den gevorstellten Kreuzerbauen, fand ich auch so hammer, das Ding hätte mehr Radarreichweite als Tarnwert, das fand ich auch so hammergeil, aber wie gesagt, ist alles wohl begrässt, es kann sich noch alles ändern, so, die Oroch, keine Ahnung, ich, ich vergesse langsam den Namen, vernünftig auch so sprechen, den, ich weiß nicht, wer, wer diesen Namen ausdenkt, eure Meinung zu diesem Schiff, schreibt eure Meinung, eigentlich meine eure Meinung zu dem Schiff, wie ihr das so Schiff, persönlich findet, ich denke mal, flackmäßig, das ist schon ein bisschen Bollwerk, wenn man sieht, hier sind Teile so, Vierlingsgeschütze, Teile so, oder Zwillingsgeschütze auch, sieht schon hammergeil aus, würde ich mal sagen, Tarnwert, super, ich denke mal, als Unterstützerkrotter, wird er schön in dem Spiel integriert, aber als Franschwein, denke ich, eher nicht, ich denke mal, das ist so ein Schiff, wirklich eher aus zweiter Reihe, wir dürfen nicht vergessen, das Ding hat er, vier mal zwei, also vier mal zwei, geschützt nur, wir sagen, euer Meinung nach für den Schiff, und wir sehen uns in den nächsten News, wir sagen, haut rein, tschüss, und nicht vergessen, alles war krass, es kann sich noch eins ändern,